Ich lerne Deutsch. Nummer 14.029 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ein Teddybär ist wie ein kleines Stück Glück, das man festhalten kann. Ein Teddybär ist wie ein kleines Stück Glück, das man festhalten kann. Die Imkerei könnte das Richtige für dich sein, wenn du gerne mit der Natur arbeitest und etwas für die Umwelt tun möchtest. Die Imkerei könnte das Richtige für dich sein, wenn du gerne mit der Natur arbeitest und etwas für die Umwelt tun möchtest. Sie erlebte eine intensive Woche voller Herausforderungen. Sie erlebte eine intensive Woche voller Herausforderungen. Betont, dass die Woche sehr anstrengend und ereignisreich war, mit vielen Problemen. Die Gestaltung der Freizeit beeinflusst oft das Wohlbefinden. Lerne so viel wie möglich. Je mehr du weißt, desto mehr kannst du damit spielen und neue Verbindungen herstellen. Weihnachten wird mit besonderen Traditionen gefeiert. Weihnachten wird mit besonderen Traditionen gefeiert. Eine davon ist das Schmücken des Weihnachtsbaums. Weihnachten wird mit besonderen Traditionen gefeiert. Eine davon ist das Schmücken des Weihnachtsbaums. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Untertitelung des ZDF für funk, 2017